Ich bin hier. Hast du dir schon mal irgendwie an der anderen Stelle ein Ding geholt? Früher als Kind hab ich mir einmal so ein Ding geholt. Wenn man mit der Mannschaft U14 oder so sagt, ich hab mir ein Ding geholt. Und dann hat man ihn irgendwann rumgemacht. Ich fand's krass, wenn man ein Kondom hatte in der Hand. Ja, hör zu, hör zu. Ich hab mir teilweise ein Kondom übergezogen und hab mir dann runtergeholt. Nicht. Obwohl Isa sollte nicht zuhören glauben. Als ich mein erstes Mal Giz hab und da nichts rauskam, ich dachte einfach, ich kann keine Kinder machen und hatte damals richtig Angst und so. Wie alt warst du da? Für 40, 15? Keine Ahnung. Bruder, aber auf Ernst. Für 40 Euro waschen die dir nicht mal die Haare. Aber warte mal, für 40 Euro willst du mir sagen, wäschte dir nicht die Haare? Warte mal, wie hast du jetzt bezahlt? Also mach, mach eine Null mehr. Für 40, 50. Für 40! Ich hatte Fähigkeiten! Aber das sind auch Produkte! Ich hab zwei Jahre geblattet. Ey, Digga, was ist direkt hinter mir? Ich schieß euch, ein Fehler und der ist vor mir! Leg dir Augenbar noch mal der Fehler! Aber er ist nicht vor mir. Später, insha Allah, gehen wir noch GTA live, ja? Dass ihr das im Hinterkopf habt, oh mein Gott. So, ich muss mal sagen gleich, wie das ist mit dem Gangster. Scheiße, wie komm ich hier ran, Alter! Das ist ja richtig. Ich war mir schon auch bei ihm in der Frag damals. Ja. Alle guten Männer waren bei ihm in der Frag damals. Ja, das schon, der kommt und so. So, eher okay und so ein bisschen stark da drin, oder? Ja. Ja? Ja, schon. Schon, ja. Ich hab mal mit meiner Ex-Freundin da drum gespielt. Mit Einsatz. Ja? Hat sich nie eingelöst. Dann hat sie mich verlassen. Okay. Hat vielleicht damit auch zusammengehangen, weil das zu hoch war, oder? Ja, war mit Natur-Sekt verbunden. Geregt. Hab so mein Leben geschwitzt und dann hat sich nicht eingelöst. Hab mich so aufgeregt, sag ich ehrlich. Wettschulden? Nee, Bruder, Wettschulden sind Ehrenschulden. Da kenn ich auch nichts. Gerro Ui. Wo Ali is the carron. Sie carron. Sie carron. Sie carron. Oh, wow. Oh. Das war ganz kurz fort些akinin ab, Alter. Ah! 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 Jetzt seht ihr nur mein Gesicht, ich mache auch einfach mal die Augen zu und dann hören wir mal einfach nur alle hin. Ne, mir reicht, finde ich cool, Digga. Den Bereich finde ich cool. Aber das wäre jetzt der Riese auch am Start. Moin. Hallo, hallo. Willst du nicht der beste Freund von Trimix? Eine Fußmatte hat mich an deine Frisur erinnert. Nein, Spaß, das ist nur wegen dem Spruch gerade. Wir schauen Masselehris zu. Mit der Performance gleich wird es eng. Okay. 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 Kannst du ja diese Ronaldo mäßig, ne? Ja. Okay. So erstmal. Ja. 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 Geh ab, Junge. Hast du ne Line, Alter? Ich raus. Und was ist da in der Mitte des Builds? Ouh, Digga, das kann nicht sein, Digga. Das ist das krass. Ich stürz mich ab, Digga, das Ding ist kaputt. Das ist gerade am Erleben. Äääh, das kracht komplett. Die Geschichte von dem sie sagen, überhauen die Kombination ein bisschen, weil die Kombination war russisch. Get me fucking out, Digga. Digga, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr, ich habe die Nase voll. Das war's. Digga, ich habe keinen Bock mehr! Oh mein fucking Gott, Magna. Na gut, also. Oh mein Gott! Was war denn da? Da ist so eine Frau aus dem Bild gekommen. Coco, du bist ein Mensch. Ich glaube, ich bin verliebt. Oh nein, nicht schon wieder, Stegi. Hey, alte Dame aus dem Bild, möchtest du vielleicht mit Twitch anfangen? Ist ja im Moment auch gerade voll passend. Das ist dein Zeitpunkt. Na ja, tanzt du gerne und machst du TikToks? Miau, miau, Melli mit fünf gegifteten Subs. Du dumme Sch***. Äh, also, äh, 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 nicht. Melli, das war an die rote Waffe gerichtet, die vorbeigezogen ist, nicht an dich. Das Beste im Video muss ja auch auf Thumbnail. Das war schon mit Dilara, Velo. Ähm, boah, äh, also Stegi ist nicht dabei. Das aus Respektgründen muss ich leider ablehnen. Und ich bin auch mit Yushi. Und danach, äh, spür mir, glaube ich, noch was anderes. Oh, ne, nee. Jotmas Day 2, thank you for everything, guys. I love you guys, you did a great job. I love you guys, you're handsome. Fuck you. Boom. Outro